lange so was dauert das auch nicht so lange so wie heißt der cs go strong cs go strong ach so ach so wie das denn aus ja aber dafür dauert das nur 20 sekunden bis das startet das wird auch immer angezeigt wer am höchsten reingegangen ist mit wie viel oder was ja ja die seite sieht doch super low aus ich habe so schwarz gemacht halt das ist macht immer schwarz guck mal ganz oben rechts also wirklich ganz oben rechts bei mode ja viel besser alles klar ok was machen sachen ok wo kann ich jetzt hier free coins ach so es ist immer eine neue seite was ist das denn ok ja ach so ja mate ich brauche dein ich brauche ich brauche eine id ach so 7 3 ja da wird nicht angezeigt hier 4 3 ach so was 7 3 7 3 4 3 ja 1 3 ach so das war's ja habe ich jetzt könnte ich habe 100 coins alter ja viel spaß damit sind 100 1 euro wahrscheinlich wahrscheinlich oder also es war grün nein es war schwarz aber das ding ist auf grün wo ist wo wo sind die zeit keine ahnung wo ist die zeit hier drunter läuft ja 20 19 da oben ok gehen wir mal mit 25 ach so minimum bis 50 ich bin so dumm also warum ich habe gerade 1 und nicht verwechseln 1 und was 1 und 10 eigentlich habe ich nicht gesetzt ich wollte mich gerade auf schwarz setzen hast du schon gesetzt ja ich bin schon auf 120 runter auf 120 von wie viel 176 was ja wow und und hast du jetzt schon gesetzt irgendwo ja ich bin jetzt mit 40 auf mit 40 auf rot ich bin mit 50 auf schwarz bleib stehen du huren sohn easy 50 cent ein dollar sind 100 jetzt ein dollar oder wie ist das weiß es nicht weil guck mal die gehen ja hier mit 3310 ja ja doch 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 100 sind ein dollar guck mal hier ist black bad gemeinn sagt sie die seite ist krass rot Alles klar, jetzt kurz richtig rip Achso Das ist im Übrigen meine letzten 40 Oh man Ich bin halt broke Naja, war nice Ich bin broke Ich nicht, ich habe gerade 100 auf Rot gesetzt Ich habe 2 Euro Ich bin auf Bull runter, nice Warum gibst du mir meinen Knife Egal, ich habe noch 20 Dollar Und damit gehe ich auf CSGO Double Warum auch immer Wieso nicht, diese Seite ist doch besser Hier kriegst du doch bessere Sachen Ja, auf jeden ist die Seite besser Junge, das ist das gleiche Prinzip Das ist das absolut gleiche Prinzip Ja, aber läuft nicht so bei mir Junge, ich habe halt nicht ein einziger Bett richtig gesetzt Tja, ich alle Junge, ich habe gerade 200 Euro verspielt Tja Warte, ich habe eine neue Es ist ein Prank Es ist ein Prank Egal Ein neuer Gegenstand in meinem Inventar Achso, Butterfly Das ist halt schon wieder weg Oh, D*** Naja, ich bin dann erstmal off Schade Einer weiter wäre grün gewesen Tja Mit Es ist schon wieder passiert Ja, Yolo Und er endete Seine letzten Worte waren Ich Schwöre dir Ich werde mit diesem Knife Nicht gamble gehen Mit irgendeinem Knife Was ist? Nächster Tag später Ey Gib mir mein Knife wieder Ich will gambeln Idiot Hau rein, Digger Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Wahrscheinlich nicht Jawohl Lachen Hau 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 Vielen Dank.